Das Portfolio der SCM Group ist wirklich unglaublich umfangreich. Wir kümmern uns jetzt mal um die Massivholzverarbeitung. Bei mir ist Vertriebsleiter Christopher Moore. Herr Moore, wir sprechen jetzt über die Anlage Accord Integra. Ein schöner Name. Es ist eine flexible Fensterfertigungsanlage. Ich sehe zwei Fenster und eine Tür. Was genau ist das? Ja, das sind die fertigen Produkte, die wir über die Anlage Accord Integra fertigen. Letztendlich mit sehr kurzen Rüstzeiten, flexiblen Fertigungsmöglichkeiten, sodass alle hohen Ansprüche der Endkunden erreicht werden können. Für wen genau produzieren Sie denn überhaupt? Wir fertigen für alle anspruchsvollen Endkunden vom Einfamilienhaus über mehrere Familienhäuser bis hin zu komplexen Bürogebäuden, Bankeinrichtungen. Und von welcher Stückzahl sprechen wir? Die Stückzahlen, die wir hier fertigen, bewegen wir uns letztendlich im Bereich von kleinen Serien bis hin zu 20 Einheiten am Tag bis hin zu hohen Kapazitäten, wo wir Kapazitätsgrößen von 140 bis 180 Fenster am Tag erreichen können. Sie haben es gerade selber gehört, Accord Integra heißt diese Maschine, die all das kann. Und zu der gehen wir jetzt mal rüber. Im Hintergrund können wir sehen, wie die Accord Integra arbeitet. Herr Muwe, was genau passiert hier jetzt? Jawohl. Auf der linken Seite findet die Beschickung und Entnahme der fertigen Werkstücke statt. Hier stehen wir vor dem Bereich, wo die Werkstückbearbeitung stattfindet. Die Anlage bietet absolut flexible Möglichkeiten, sowohl für die Fertigung von geraden Fensterelementen als auch die Rundbogenfertigung, sowohl für die Türenfertigung insgesamt. Wenn Sie sich also als anspruchsvollen Kunden sehen und eine Fensterfertigung, eine flexible, eine Anlage suchen, dann sind Sie bei der SCM Group richtig beraten, unabhängig davon, ob es sich um eine Stückzahl von 20 oder 140 pro Tag handelt. Vielen Dank.